Das ist das erste Weihnachten, das wir zusammen verbringen. Seit Jahren. Ich liebe euch, Leute. Ich hole die verlorne Zeit wieder auf. Die zuständigen Behörden fragen sich, ob der maskierte Rächer, der die Unterwelt terrorisierte, zurück ist. Die Vergangenheit hat mich eingerollt. Müssen wir uns Sorgen machen, oder ist... Nein, nein, alles in Ordnung. Ich bin Weihnachten wieder zu Hause. Ich verspreche's. Mit diesem Anzug habe ich mir eine Menge Feinde gemacht. Du bist Hawkeye. Und wer verflucht bist du? Einige Leute nennen mich tatsächlich... ...die beste Bogenschütze in der Welt. Bist du eine von diesen Leuten? Hey, Babe. Ich sollte in ein, zwei Tagen wieder da sein. Warte mal kurz. Die Dinge sind... ...komplizierter geworden. Der ist zu gefährlich. Definitiv nicht den. Du musst das definitiv nicht so betonen. Alter! Es gibt Feuile, die gefährlicher sind als der? Oh, ne fröhliche Weihnachten. Du bist mein Leben. Du kannst das nicht so betonen. Du bist die Himmelschön. Untertitelung des ZDF, 2020